Der Volkswagen-Konzern trennt sich von Vorstandschef Herbert Diess. Der 63-Jährige habe sich mit dem Aufsichtsrat darauf verständigt, zum 1. September auszuscheiden, teilte das Unternehmen heute überraschend mit. Nachfolger wird demnach Porsche-Chef Blume. Um Diess hatte es immer wieder Diskussionen gegeben, etwa nach Konflikten mit dem mächtigen Betriebsrat. Zuletzt war dies wegen Problemen bei der Software-Entwicklung für ein VW-eigenes Betriebssystem unter Druck geraten. Herbert Diess, VW-Chef seit April 2018. Den Umbau des Autokonzerns zur E-Mobilität schob er maßgeblich mit an. Gerüchte um eine Ablösung gab es schon länger. Nun also Rückzug als Vorstandschef von Volkswagen. Eine offizielle Begründung gibt es nicht. Volkswagen hat nicht nur Marktanteile verloren in der jüngsten Zeit unter Herbert Diess, sondern vor allen Dingen hat Herbert Diess auch die Software-Probleme, mit denen VW sich rumschlagen musste, seit geraumer Zeit zur Chefsache gemacht. Und dieses Problem ist bis heute nicht gelöst. Und diese ganze Gemengelage hat dazu geführt, dass VW auch beim Aktienkurs verloren hat und jetzt nachbörslich auch weiter abgesagt ist. Und das zum Start der Betriebsferien bei Volkswagen im Stammberg Wolfsburg. Die Betriebsratschefin reagiert schriftlich, sagt VW wolle aus dem historischen Wandel gestärkt hervorgehen. Der Anspruch sei, dass dabei trotz der großen Herausforderungen auch in den kommenden Jahren Beschäftigung, Sicherung und Wirtschaftlichkeit gleichrangige Unternehmensziele bleiben. Dies Nachfolger soll Oliver Blume werden, bisher Chef der Porsche AG. Er soll sowohl Porsche als auch Volkswagen führen. Das Land Niedersachsen gehört zu den größten Anteilseignern bei VW. Ministerpräsident Stephan Weil sagt, Der Wechsel soll zum 1. September stattfinden.